Cashflow Quadrant von Robert Kiyosaki Das Buch ist gut geschrieben, Robert Kiyosaki wiederholt oft Mindsätze und Themen, die er in anderen Büchen immer wieder bringt. Wahrscheinlich will er wirklich den Leuten nahe bringen, weil das Mindset wirklich wichtig ist. In diesem Buch behandelt er den Cashflow Quadranten ein bisschen tiefer. Er zeigt auch die Einkommensströme und die Ausgaben, Verbindlichkeiten und Vermögenswerte zeigt er von den verschiedenen Quadranten, was man beachten sollte und wirklich in einfachen Darstellungen zeigt er, wie die Ströme des Geldes laufen und was man machen sollte. Und es ist wirklich empfehlenswert, im rechten Bereich des Cashflow Quadranten reinzukommen. Und es sind zahlreiche Geschichten. Anscheinend hat auch sein reicher Vater diese einfache Methode genutzt. Und ich muss sagen, es ist ein gutes Buch. Sehr zu empfehlen. Lade mir einen Daumen hoch und abonnieren, wenn euch meine Vorstellungen gefallen. Dankeschön. Tschüss.